einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen folge von the alevrimer. Wir sind soeben in einem Nest geschlüpft als Tinantosaurus. Wir müssen jetzt hier einen Überblick verschaffen, wo wir gerade sind. Es fehlt leider gerade schon wieder Nacht. Das hier ist vermutlich die Mama. Nymeria. Nymeria ist wirklich die Mama. Okay, sehr gut. Und Topsi ist der Papa. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Geschwister. Das wäre schön. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf der neuen Karte in einem Nest geschlüpft bin. Guck mal, da vorne ist auch ein Dryo. Oh, zu dem würde ich ja gerne hin, aber ich will hier nicht runterfallen. Jetzt komme ich nachher nicht wieder hoch. Das wäre doof. Der Dryo wird, glaube ich, auch überarbeitet. Der hat neue Attacken bekommen. Vielleicht müssen wir den auch mal wieder spielen. Aber jetzt erstmal heißt es für uns wachsen. Ich würde sagen, wir betteln das erste Mal. Das war lecker. Und wieder ab ins Nest. Danke, Papa, Topsi, für das Essen. Wir können sogar im Mondlicht unsere Farbe erkennen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, oben so ein bisschen lila. Dann so ein grau und dann ein bisschen braun unten. Oh, wir sehen ganz so aus wie der Papa, glaube ich. Ja, wir sind nach dem Papa gekommen. Definitiv. Wir sind ja auch ein Männchen. Gib uns jetzt auch mal einen Namen. Ich würde sagen, wir heißen Eddie. Eddie, der Tenontosaurus. Ist gleich restart. Das ist süß. Die ganze Familie schläft hier. Ach, niedlich. Alle eingerollt. Ja, das Nest ist weg. Aber wir haben mitten am Tag. Das ist doch schon mal ganz gut. Und wir sehen heller aus als gedacht. Wir müssen uns natürlich jetzt wieder in die Gruppe einladen. Okay, die Mama sieht viel cooler aus von der Farbe. Na, ich folge mal der Mama. Wenn die mich was trinken. Vielleicht können wir uns auch mal den Papa angucken. Aber da scheint da hinten wieder was zu essen oder so. Okay, hier wird getrunken. Was ist das für ein Wildschwein hier? Das hast du davon, Wildsau. Die Tante zeigt mir, wo es Essen gibt. Ah, guck mal. Einfach ein Bärenbusch in einem anderen Busch. Der Papa hat sich leider ausgelockt. Ist auch schon sehr, sehr spät. Also ich glaube, heute wird nicht mehr viel passieren. Vermutlich müssen wir beim nächsten Mal dann ganz alleine wieder anfangen. Die Mama verschwindet jetzt auch gleich auf unseren Augen. Tschüss, Mama. Danke, dass du uns großgezogen hast. Wir sind auch schon bei 45 Prozent. Also nicht schlecht. Aber wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Vermutlich werde ich auch erst am nächsten Tag weiterspielen. Da ist die Mama weg. Jetzt haben wir nur noch unseren Dryo-Freund. Ja, ich werde mich jetzt aber auch ausloggen, lieber Dryo. Gute Nacht und viel Glück noch. Und jetzt sind wir ganz auf uns allein gestellt. Wir müssen jetzt erst mal Essen finden und eine neue Familie. Ja, der Magen ist schon sehr leer. Das heißt, wir müssen jetzt erst mal Richtung Migration Zone gehen. Hinter dem Berg natürlich. Ich werde jetzt erst mal hier in den Klippen noch ein bisschen entlang gehen. Und dann hoffen, dass ich irgendwie einen Durchgang oder so finde. Das Gute ist, als Pflanzenfresser kann man zur Not immer grasen. Also ich könnte jetzt einfach hier auf dem Gras E drücken. Und dann meinen Magen mal so ein bisschen vollfüllen. Aber wir kriegen halt irgendwann ein Problem, wenn die Diäten leer sind. Weil dann kriege ich weniger Ausdauerregeneration und 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 und. Also ganz viele Negativwerte. Und das ist halt eine Katastrophe, gerade hier auf der neuen Karte. Oh nein, hier ist einfach so eine Bucht. Ich glaube, der Weg ist noch richtig weit. Oh, das ist ärgerlich. Ich weiß halt nicht, wo wir genau hin müssen. Aber es sieht sehr weit gerade aus. Und hier gibt es halt weit und breit nichts für unsere Diät. Oh, wir sind in der Zone. Sehr gut. Das heißt, ich sollte mal eben riechen. Irgendwo müsste hier das Essen sein. Oh, da ist es. Ich glaube, das ist irgendeine Wurzel oder so. Oh, perfekt. Ich hoffe, das füllt jetzt auch die Diät wieder auf. Damit wir keine Negativwerte kriegen. Und wir brauchen ganz dringend, was zu trinken, sehe ich gerade. Oh Gott. Das ist ja noch viel schlimmer. Wir müssen jetzt erstmal Richtung Norden sprinten. Ich habe jetzt auch kaum noch Ausdauer. Aber wenn ich mich voll getrunken habe, kann ich mich erstmal ausruhen. Ja, hier ist eine Brücke. Das heißt, hier wird auch Wasser sein. Ich weiß halt nicht, ob es hier sicher ist. Ich gehe mal bis an den Rand, weil das Wasser müsste hier vorne auch enden. Ja, hier unten ist Wasser. Aber wir rennen hier noch ein Stück weiter. Und dann ganz am Ende, dort gehen wir trinken. Da ist hoffentlich dann auch kein Croc. Hier kommen wir gar nicht runter zum Wasser. Dann müssen wir uns doch eine andere Stelle suchen. Dann doch bei der Brücke. Boah, diese Legs. Das ist aber auch momentan läuft das Spiel echt nicht gut. Ständig diese Rubberbending-Lags. Und ich werde auch ganz oft vom Server einfach runtergeschmissen. Schon ein bisschen anstrengend. Oh, hier komme ich an zuvor, oder? Ich hoffe. Ja, auch nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass ich... Oh nein, das war ein Fehler. Oh Gott. Ich habe auch keine Ausdauer. Ich wollte doch nur gucken, ob ich da trinken kann. Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Kann ich hier hoch? Ne. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Wenn jetzt hier nicht das Ufer kommt, dann sind wir tot. Dann war es das mit uns. Oh Gott, das wird richtig knapp. Oh, hier ist das Ufer zum Glück. Oh, wir haben es geschafft. Jetzt erst mal trinken. Ich werde mich jetzt erst mal hier im Busch ein bisschen ausruhen. Ausdauer auftanken. Und dann gehen wir uns die letzte Diät auch noch auffüllen. Und eventuell zu dem Tenu-Kollegen da rennen. Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das hat sich zumindest gerade so angehört, als wenn genau von hier unten Schreie kommen. Na, die Sonne geht schon wieder unter. Ja, das sind Tenus, oder? Sitzt da nicht was auf dem Felsen vor uns? Ich glaube, ja. Ja, ein anderer Tenu. Cool. Das heißt, wir sind nicht mehr allein. Und da ist auch ein kleiner Pachi. Ach, wie schön. Aber der versteckt sich vor uns. Der scheint Angst zu haben. Oh, Gott sei Dank. Wir haben eine neue Familie. Ich fühle mich gleich schon sicherer. Mann, der ist, glaube ich, schon ganz ausgewachsen. Ich bin auch schon echt weit. Ach, das ist ja noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Dann sind wir sogar zu dritt. Also momentan sind die Pings so schlimm auf den Servern. Man fliegt auch manchmal einfach vom Server runter. Also ich versuche es natürlich für euch immer so gut, wie es geht, rauszuschneiden. Aber ich habe es halt schon oft in den Kommentaren gelesen, dass ihr viele Probleme habt. Keine Sorge, ich habe die Probleme auch. Oh, es ist echt anstrengend momentan. Bin sogar am überlegen, ob ich wieder auf Spiro spiele, weil es nicht so verbuggt ist. Oh, hier sind sogar diese zwei Striche, die ich brauche. Wir gehen jetzt gerade gemeinsam zum Wasser. Ist echt schön, wieder eine Familie zu haben. So alleine durch den Dschungel zu laufen, ist irgendwie kein schönes Gefühl. Jetzt fühle ich mich halt schon viel sicherer. Ach, guck mal, den Trinkspot kenne ich doch sogar. Erstmal reingeplumpst. So, dann trinken wir jetzt im Wasser halt. Ist mir egal. Ja, der Server ist leider gerade abgeschmiert. Aber es hat auch was Gutes, denn wir haben jetzt wieder Tag und Sonnenschein. Das ist ja auch immer eine feine Sache. Aber wir müssen jetzt unsere Mates wieder finden. Na, jetzt ist das Einladen auch wieder verpackt, ne? Ich bin jetzt gleich zu 100% ausgewachsen. Das heißt, wir haben es geschafft. Vom Schlüpfen bis zum Erwachsenen. Ja. So, die wollen jetzt nicht mit Kämpfen kommen. Das heißt, ich gehe jetzt alleine kämpfen. War es mir ein bisschen zu langweilig, hier immer in und herzulaufen, essen, trinken. Nee, nee. Das heißt, ich trenne mich jetzt wieder von meiner Familie. Sehr, sehr schade. Aber so ist das. Okay. Oh, hier ist ein anderer Tenno. Völlig random. Kommt der denn her? Warum steht der hier? So, jetzt sind wir voll. Nochmal den schönen Wasserfall kurz genießen. Und dann geht es weiter. Richtung Action hoffentlich. Der AFK-Tino ist wieder da, so wie es aussieht. Vielleicht können wir uns jetzt mit dem anfreunden. Da ist er. Das ist sehr gut. Und so machen wir zwei uns jetzt auf den Weg. Richtung Kampfgebiet. Oh, guck mal. Hier ist eine Salzmine. Das wusste ich gar nicht. Komm, wir naschen mal ein bisschen Salz. Jam, jam, jam. Ja, wir gehen Richtung letzte Sonnenstrahlen. Es wird leider schon wieder Nacht. Es geht immer so unfassbar schnell. Ich wünschte wirklich, dass die Nacht viel kürzer und der Tag viel länger wäre. Das Problem ist halt mittlerweile auf der Karte, dass es am Tag auch super dunkel oft ist. Und dadurch ist es irgendwie noch frustrierender. Ich mache jetzt hier gerade eine große Wanderung mit meinem Freund Seife. Wir laufen gerade dem Licht entgegen. Geht das gar nicht. Geht das gar nicht. Nein, scheint nicht. Schade, schade. Ah, der geht da außen rum. Es ist halt super dunkel, ne? Ohne Nachtsicht. Aber das ist schon cool, ne? Mit der Beleuchtung und so. Wenn es nicht gerade lenken würde. Sehr atmosphärisch. Ach, müssen wir jetzt hier noch Parcours machen? Ich hoffe, er weiß, was er tut. Sieht gerade ein bisschen unbeholfen aus. Anscheinend kommen wir hier nicht rüber. Ne, ich glaube nicht. Können wir die Tore öffnen? So. Ich habe es aufgeschoben. Das nächste auch. Wir sind nämlich stark. Ach, guck mal. Jetzt sind wir hier bei dem großen See. Ah. Hier hat er uns hingebracht. Sehr interessant. So, aber nicht, ob hier viel los ist. Letztes Mal, als ich hier war, war hier gar nichts mehr los. Weil einfach diese Zonen hier nicht mehr herwandern. Okay, wir brauchen Gras. Ja, wir müssen uns jetzt beeilen. Nicht, dass er hier verhungert. Oh, Gott sei Dank. Er hat was gefunden. Da unten der See. Da wollen wir hin. Das ist noch ein beschwerlicher Weg. Ich denke mal, bis wir da ankommen, ist es halt wieder Nacht. Das ist so Wahnsinn, wie lange wir hier wandern. Nein, die Map ist echt groß. Und dann diese ganzen Höhenunterschiede und sowas, die machen es halt immer sehr, sehr schwierig. Sehr gut, wir sind zu dritt. Die kämpfen da. Der braucht Hilfe, der Tenu da unten. Werden da von Raptoren oder so angegriffen? Ich kann es nur nicht so richtig erkennen. Ich mache mal Nachtsicht lieber an. Vorne ist auch schon ein Raptor. Wir sind da. Oh Gott, es ist anstrengend, hier die Dinger zu essen. Wir schleichen ja ganz viele andere Viecher um uns rum. Irgendwie geht das hier gerade nicht mit dem Essen. Ich bin komplett verbuggt, ey. Was für eine verbuggte Orange in meinem Hals. Was zur Hölle, ey. Okay, er will sich von uns trennen. Warum auch immer. Ist ja schade. Was haben wir denn hier? Ein Pachy. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wir müssen mal versuchen, hier was zu essen, wenn das nicht verbuggt ist. Zoomen wir jetzt mal eben. Na, vor uns sind es zwei Zerras. Ja, da wird es gerade dunkel vom Regen. Ich mache mal Nachtsicht an. Die essen da, glaube ich. Boah, dieser Ping ist echt schlimm momentan. Ah, leider wird der Schlamm jetzt auch runtergewaschen. You can't swallow it. Okay. Scheint zu groß zu sein. Vielleicht kann ich es dann wenigstens hier oben essen, nicht am Wasser. Das Gute ist, wenn wir einen vollen Magen haben, fühle ich mich auch sicherer gegen Zerras. Weil die bringen einen ja ganz schnell zum Kotzen, wenn man einen leeren Magen hat. Deswegen sind die Diäten jetzt nicht so wichtig, dass sie perfekt sind, sondern einfach, dass wir was im Magen haben. Ich müsste eigentlich auch noch was trinken, weil ich glaube, das geht auch runter davon. Er hat direkt angegriffen. Mein Mate ist gerade nicht da. Oh Gott. Jetzt haut er ab, ne? Ne, da ist er. Der sich im Busch versteckt hat. Oh, fuck. Hat mein Mate getroffen. Oh, wie es laggt. Sehr gut made hinter dem Herr. Der andere Zerraster auch. Oh, da sind noch mehr. Als ob ich den nicht getroffen habe. Das gibt es doch nicht. Nice, er hat ihn umgekickt. Sehr gut. Okay, wir gehen. Ich blute halt leider noch. Regnet halt, das könnte ein Problem sein. Oha. Kick ihn. Sehr schön. Okay, wir haben ihn. Sehr gut. Okay. Ich glaube, der Server lag gerade richtig hardcore. Ja, jetzt greifen mich Raptoren leider an. Mein Mate Relog gerade. Das sind aber nur diese Mini-Raptoren. Wir machen ihn. Okay. John 1. goose Lucy. Mac. Mac. Hi Leute, hier ist Dandy aus dem Schnitt. Ich bin hier in dem Kampf gegen die Raptoren in den Schlamm gegangen, weil ich dachte, das wäre ein Vorteil für mich. Aber ich konnte nicht mehr nach hinten austreten im Schlamm. Und ich dachte halt, als ich gespielt habe und so ein bisschen unter Adrenalin und in Panik war, dass das einfach verbuggt wäre. Weil allgemein heute den ganzen Tag, wo ich gespielt hatte, alles gefühlt verbuggt war. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, geht das wahrscheinlich als Teno einfach gar nicht. Wenn die Hinterbeine im Schlamm feststecken, kann man wahrscheinlich einfach nicht mehr nach hinten austreten. Deswegen mache ich jetzt hier auch die ganze Zeit diesen Schweifig, weil ich völlig überfordert war, weil es nicht funktioniert hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob der Trip nach hinten als Teno im Schlamm nicht geht. Das wäre sehr hilfreich. Aber ich war in dem Kampf sowieso sehr, sehr frustriert. Weil es war einfach unlucky. Mein Mate hatte einen Bug, musste deswegen re-loggen. Dann greifen die Raptoren an. Und das war so ein Zeitpunkt, wo der Server eh gerade den übelsten Hyping hatte. Das seht ihr hier teilweise auch, weil die teleportieren sich hier voll hin und her. Ich hatte auch total Input-Lag. Also das heißt, teilweise Attacken und Sachen, die ich gedrückt habe, kamen viel später erst aus, als ich sie gedrückt habe. Und das ist halt echt ärgerlich, weil man ist halt stundenlang gewandert, stundenlang gewachsen. Ich glaube, ich war mit dem Teno insgesamt fünf Stunden am Leben. Und dann freut man sich natürlich auf so einen coolen finalen Kampf. Und dann wird man genau dann angegriffen, wenn alles gefühlt am meisten verpackt ist. Also ich muss allgemein auch momentan sagen, die Server und das Spiel an sich fühlen sich auch sehr, sehr doof an. Man fliegt ständig von den Servern. Alles laggt sehr, sehr oft. Sehr viel Rubberbending ist dazu gekommen. Und ich habe es auch schon oft von euch in den Kommentaren gelesen, dass momentan die Version nicht gut funktioniert. Und ich denke mal, ich werde jetzt auch erstmal pausieren bis zum nächsten Update. Beziehungsweise vielleicht wechsle ich dann auch nochmal auf die alte Karte. Weil da habe ich das irgendwie mehr gefühlt. Das war irgendwie sehr, sehr spaßig. Und das war es jetzt auch von mir aus dem Schnitt. Ich schicke euch jetzt wieder zurück zu dem frustrierten In-Game-Dundee. Ich kann die auch nicht richtig abschütteln. Okay. Hä? 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 Ja, keine Ahnung, was das hier für ein Kampf ist. Ich werde halt sterben. Das ganze Game ist komplett verbuggt gerade bei mir. Ich verblute halt gerade. Aber was willst du machen? Ich kann halt den Kick auch nicht mehr machen. Och Mann, ey. Ich kann die nicht treten. Ich kann auch diesen blöden Schweifhiebkack machen. Das ist jetzt wirklich ein doofes Ende. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal für mich mit Gateway bis zum nächsten Update. Ich musste heute auch so oft re-loggen. Ja, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch, Gab-Torn. Ich... Ja, keine Ahnung. Es ist egal. Dann tötet mich. Ah, ich habe keine Lust mehr. Nee, Gateway ist doof aktuell in dem aktuellen Status. Das ist so buggy, das Game. I don't know. Es ist unfassbar buggy. Ja, komm, verblute, du Stück. Ich verstehe mich. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020